Seine Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis war filmreif. Jetzt ist der mexikanische Drogenboss Joaquín Guzmán, genannt El Chapo, wieder gefasst worden. Mission erfüllt, wir haben ihn, schreibt Präsident Enrique Peña Nieto auf Twitter. El Chapo war im Juli 2015 durch ein Loch in der Dusche seiner Gefängniszelle geflohen, das als Zugang zu einem 1,5 Kilometer langen Tunnelsystem diente. Der Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells war 1993 schon einmal in Guatemala festgenommen worden. 2001 gelang ihm aber die Flucht aus einem Gefängnis im Westen Mexikos. 2014 ging er den mexikanischen Behörden nach 13-jähriger Fahndung erneut ins Netz. Bei seiner erneuten Flucht sollen ihm Wachleute und Verantwortliche der Gefängnisverwaltung geholfen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017